Was geht Leute, mein Name ist Andrew Fox und willkommen bei der nächsten Folge von Fallout 4 in VR. Wir haben letztes Mal ein kleines Lager von Raidern ausgenommen. Ach, ich mag die Raider. Schöne Headshots verteilt und jetzt geht's weiter mit General Reward und wir werden sehen, was als nächstes ansteht. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch. Bis gleich. Schön haben wir es hier. Ein bisschen kaputt geballert, ein paar Leichen auf dem Boden. Aber so ist das Ödland, so ist die Wildnis und Hauptsache uns geht's gut. Wir haben hier so ein kleines Raiderlager zernichte gemacht und jetzt werden wir uns auf den Weg machen, zu General Reward zu gehen. Ich habe ja schon im Vorfeld ein bisschen hier den Platz gereinigt. Wie soll das eigentlich... Au, ich dachte gerade... Ich habe mir schon den Schmerz vorgestellt, wenn diese Power Suit auf mich zurennt. Gott sei Dank ist sie nicht bemannt. Gut, aber war das falsche Wort. Ich hätte es auch anders sagen können. Aber alles safe. Schauen wir uns mal hier noch um. Ich habe hier glaube ich noch... Irgendwo, ja genau, da. Ein Fusionsreaktor. Okay. Mal müssen kurz gucken, ob mein Starpack noch funktioniert. Der hat ja echt heutzutage echt ein bisschen... Probleme manchmal. Wir müssen nach hier hin. Okay, dann gehen wir hier den Weg hoch. Den Bereich haben wir gesäubert, den können wir jetzt schön den Rücken zukehren. Das Wetter ist uns ebenfalls freundlich gesinnt. Kein Regen. Keine Gefahr. Einfach nur... Sonnenschein. In der Kapelle waren wir gestern. Gestern. Letztens. Keine Ahnung, warum ich gestern sage. Ja gut, ich habe auch eine Nacht geschlafen. Virtuell. Deswegen könnte es schon passen mit dem gestern. Eine. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jaguais. Openclapedia. Waiting for variables. Jaguai. Jaguai are large, mutated or scenes that are descended from the bears that lived across America before the Great War. Wild Jaguai will attack nearly any other animals or people I encounter, including dead claws. Despite this, Jaguai exhibited gentle familial bond toward one another when found together and can even be domesticated. Okay. Ja gut, ich wollte ihn eigentlich nicht gleich killen, aber er hat uns keine andere Wahl gelassen. Hat sich gedacht, er schnappt sich mal Brutus. Ich glaube, die Bären sind nie voll gefressen. Da kann man hoch. Westward Highway. Okay. Da werfen wir mal einen Blick. Let's do this. What the fuck? Der ist gesehen? Was war denn das? Da gehen wir gerade mal nochmal rein. Das ist ein Bug? Sind wir in einer Traumwelt? Was? Don't get it. Was sind die hier? Ist das normal? Muss das so sein? Ihr schiebt nix? Ach komm, stell dich nicht so an. Das ist sehr merkwürdig. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Mod ist. Oder, oder... Oder hä? Wir laufen jetzt einfach mal den Weg. Ist das eine Mod oder ist das ein Bug? Auf jeden Fall richtig strange. Mit den... Äh... Ich weiß nicht. Nervenstressen. Das sind doch Synapsen. Aber was... Warum? Warum? Was sollen wir das sagen? Sind wir jetzt... im Gehirn des Ödlands? Oder... Aber... Die sind auch so... Perfekt geordnet. Die... Fahrzeuge, dass ich mir denke... Oh shit. Dass ich mir denke, so dass... Maxwell's World... Maxwell's World! Das sagt mir was! Maxwell's World... Oh Leute! Wir starten gerade... Wir sind gerade dabei... Die Mod Maxwell's World... Zu starten. Wir haben nicht viel Zeit. Wir verlieren ständig Energie. Das ist Intro wahrscheinlich. Ich bin mir jetzt nur nicht sicher, welche... Richtung ich laufen muss. Ich... Äh... Intuitiv würde ich sagen, gehen wir jetzt den Weg. Ja, ich glaube, das ist richtig. Oh, ich bin gespannt. Können wir eigentlich? Sind wir überhaupt in der Lage? Oh, ich bin mal kurz ruhig. Gute FPS. Das ist doch nur Gewalt. Okay. Die Musik ist auf jeden Fall fancy. Ich habe zumindest eine Waffe. Ich weiß nicht, welches Level... ...uns hier erwartet. Aber es ist ziemlich merkwürdig. Oh, bin ich aufgeregt. Ich habe mich nicht durchgelesen, was Maxwell's World ist. Ich habe einfach wahllos irgendwelche Mods genommen. Desto mehr Content, desto besser. Ich habe es auch nicht getestet. Kein gar nichts. Ich lasse mich jetzt einfach mal darauf ein. Und hoffe, eine gute Zeit zu haben. Zumindest nicht allzu oft zu sterben. Mich gut anstellen zu können. Schöne mal alles an. Ich will eigentlich gar kein Licht anmachen, weil diese Atmosphäre mit dieser Score gefällt mir eigentlich wirklich sehr. Hier sollte ich wahrscheinlich nicht rein. Da gibt es, glaube ich, nichts zu sehen. Maxwell's World. Da geht es runter. Boah, die Musik ist sowas von gruselig. Wir laufen kurz nach da hin. Das sieht doch eigentlich aus wie der eigentliche Eingang. Aber irgendwie schien es so, als wäre der Eingang unten. Dark Park. Okay, okay. Das ist der Haupteingang. Ich möchte trotzdem... Was passiert, wenn ich hier... Ich möchte alles sehen. Ich möchte nichts verpassen. Was passiert, wenn wir da zurückgehen? Wir quick safen. Dann gehen wir mal da runter. Geht es da raus oder... Up. Warum kann ich hier runter? Frequency. Vehicle. Weg zur anderen Seite. There we are. Help! Oder Mayday! Oder was man auf dem Radio sagt. Mein Name... ist Rex... Goodman. Ich bin auf der Boden dritten Copa Triniti. Ich glaube, die Supermutanten planen, mich bald zu essen. Supermutans. Ich schreibe diese zu repetieren. Ah, verdammt! Ich muss einen Anruf an! Einer von Supermutants kommt! Hilfe! Oder... Mayday! Oder was man auf dem Radio sagt! Mein Name ist... Supermutants also! Ja, gut. Supermutants. Was soll ich da groß sagen? Easy going. Ich kenn mir gar nix. Alles voller Leichen. Gleichen, aber kein Loot. Gefällt mir gar nicht. Ich weiß nicht, soll ich hier den Weg... Eigentlich will ich in den Dark Park. Guck mir das nur... bisschen an. Okay. Wahrscheinlich muss ich da lang, aber ich will in den Dark Park. Also ich glaub, hell wird's hier nicht. Das bleibt zu dunkel. Musik ist aus. Wir haben einen riesen Mond, der sich irgendwie um die eigene Achse dreht. Gott, besser konnten sie es wahrscheinlich nicht bewerkstelligen. RCS, der den... der diese Mod hergestellt hat. Er... erstellt hat. Jetzt haben wir da rein. Mixed World, Dark Park. Ich mach hier das Licht an. Also wenn ich Dark Park... Hütten. Powerball. Nein! Oh oh. Okay. Wir können also nicht mehr zucken. Wenn ich Dark Park lese oder höre, dann denk ich an Horror. Dark Park. Okay. Okay. Viel zu viele Räume. Wir öffnen alle Türen. Man weiß nie. Ich dachte vielleicht irgendwie die... Munitionskiste oder dergleichen. Jetzt das Gleiche nochmal kommt. Oh man. Okay. Musik. Oh man. Das ist mein Skelett. Was ich an Horrorspielen überhaupt nicht leiden kann, ist... Wenn Musik... So... Furchterregend ist... Dass nur so ein klitzekleines... Geschehenes passieren muss... Um mich wahnsinnig zu machen. Wie jetzt gerade. So ein dummes Skelett. Wie kann man sich erschrecken? Ein dummes Skelett. Aber ich habe mich erschreckt. Oh, ich befürchte ich... Ich kann nicht viel tragen. Weil ich mein Inventar nicht geleert habe. Davor. Ich habe sehr viel Scheiße. In meinem Rucksack. Ich könnte mir auch mal überlegen... Den Rucksack oder... Allgemein... Mein Inventory ein bisschen zu erhöhen. Ich glaube da muss ich auf Stärke skillen. Also bis jetzt... Ist hier noch nichts. Die Musik ist... Ziemlich gruselig. Aber mehr auch nicht. Gut, mir soll es recht sein. Aber für euch ist es wahrscheinlich... Interessant, wenn irgendwas passiert. Storymäßig. Was hat es mit diesem Dark Park auf sich? Bis jetzt sind wir hier in irgendeinem Guest Room. Ich weiß nicht. Ist das in der Shooting Range oder... Was jetzt passiert noch nicht allzu viel? Okay, die Musik wird immer komischer. Oh, übrigens wir haben keine Begleiter. Tatsächlich, dass das noch gar nicht aufgefallen ist. Mir ist es gar nicht mehr erst aufgefallen. Ich weiß gar nicht, ist Pre-Ward Geld überhaupt... Was wert. Ich meine, deswegen heißt es ja vor dem Krieg. Ich glaube, das ist nichts mehr wert. Aber hier ist nichts mehr. Was hat das gebracht? No one knows. Ist das eine Tür? Ein Klaue Tunnel. Da brauche ich einen Schlüssel. Sehr mysteriös, die ganze Gegend hier. Ist das Odin? Hallo Odin! Ich komme immer zum richtigen Zeitpunkt. Immer schön bereit, mich zu erschrecken. Alter, was ist denn das? Was ist das? Roland McDonalds! Roland McDonalds! What is this? Feral Clown? Okay, wir haben es mit... Launghoulds zu tun? Okay. Launghoulds. Okay, schwer sind sie nicht. Es sind ja auch Feral... ...Feral Ghoulds. Wir haben ein Halloween-Setting. Gut, was erwartet man auch von einem... ...Darkwood? Wattes! Okay, wir wurden von irgendwas entdeckt. Oh Gott! Muss nachladen! Wir haben wohl vergessen, dass wir es hier mit einem Marine zu tun haben. Wir haben alle gar nichts. Sollen halt die fucking Feral... ...Feral Clowns kommen. Ihr macht die alle hey! Wie wir es immer im Schwäbischen sagen würden. Der Pfeil zeigt nach da. Ich traue diesen Pfeilen nicht! Da zittert doch irgendwas. Oh, joch! Ich! Da! Ich wollte sagen, ich vertraue den Pfeilen nicht. Ich gehe mein Weg. Aber alle Wege zeigen irgendwo hin. Okay! Dann ist es nicht relevant, welchen Weg wir gehen. Wir gehen jetzt einfach mal... ...den Weg. ...FPS geht auch wieder. Aber wenn irgendetwas rumzickt... ...dann... ...geht da auch die FPS zur Neige. Also es ist auf jeden Fall ein Amusement Park. Kein Park in der Hinsicht, dass man Attraktionen hat. Wie bei Nuka World. Doch! Aber fahren kann man nicht damit. Ich glaube das sind nur Kulisse. Dass es halt schön aussieht. Mal gucken, ob wir hier auch wieder rauskommen. Also quasi die Dark-Version von Nuka World. Die wie irgendwann mal auch betreten werden, wenn es soweit ist. Irgendwann mal, wenn wir das richtige Level erreicht haben. Viel zu viele Kinderwagen. Auf jeden Fall ist es in mehreren Distrikten aufgeteilt. Das sieht man nicht. Wir machen mal gleich den da hinten. Na komm, komm. Gut. Da geht's rein, okay. Guck mal, zack! Mann, Mann, Mann! Holy Moly! Direkt klauen! Nächstes Gebäude. Wollen wir mal kurz die Zeit anschauen. Hier leuchtet irgendwas merkwürdig. Hat das... Hat das nicht bewandt? Nein, ich denke nicht. Okay. Mainpower Station. Wollen wir nur mit einem Baum öffnen. Wollen wir auch einen Key. Also es hat alles schon Hand und Fuß. Wo man hin muss. Wir gehen auf jeden Fall überall hin. Wir werden mir jede Ecke anschauen. Nichts verpassen. Aber ich hoffe, es gibt auch ein bisschen Munition. Barrett. Da kann man nicht rein. Kann man hier rein? Ist auch Barrett. Und hier? Mainpower Station ebenfalls. Okay, ein Tunnelsystem. Dann gehen wir hier lang. Time... Traveled Mountain. Oh! Hallo! Hallo? Okay. Die haben nicht viel zu sagen. Da kann man auch nicht rein. Noch mehr Ghule. Wunderbar. Hallo? Okay. Die sind scheinbar nicht so nett. Zwar hübsch angezogen. Aber nicht nett. Reveller Ghule. Gut, dass da eine... Mama dazwischen ist. Wahrscheinlich von der anderen Seite rein. Hm. Beim nächsten Mal. Den nehmen wir jetzt den anderen Weg. Die andere Seite. Die Kehrseite des Spiels. Die andere Seite der Goldmedaille. Wir werden sehen. Was sich hier offenbart. Verging. Ghule. Die einfach nichts drauf haben. Aber... Das Lachen wird wahrscheinlich mir bald vergehen. Wenn mal die härteren... Wenn mal die härteren... Geschütze... 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 Hochgefahren werden. Was haben die zu sagen? Die sagen immer das Gleiche. Und auch hier kann man nicht raus. Hm. Kann es sein... Das es wirklich eine gewisse Reihenfolge hat. Nicht rechts. Nicht links. Sondern wir müssen... Straight durch. Durch die Mitte. Gut. Man hätte das auch mit den... Mit Pfeilen deutlicher machen können. Maxwell's World. Auf jeden Fall sehr schön gemacht. Viel dunkel. Also ich meine sehr dunkel. Was das ganze... Feeling. Verbessert. Explosive. Hm. Brauchen wir jetzt nicht wirklich. Aber ich mache es wegen den... Punkten. Wegen der Erfahrung... Die wird das Schlösserknacken... Ähm... Dazu verdienen. Äh... Expert. Yes. So. Auch gut. Immerhin da. Aber der Rest ist nichts für uns. Pack of Sickles ist gerade da. Checkt vor. Uns im Gegner. Hier unten. Bevor der uns dumm kommt... Will ich ihn gleich ausschalten. Okay, irgendwie... Sind die rausgekommen... Merkwürdig. Jetzt wären das Geister. Aber da kam ich ja nicht weiter. Ziemlich merkwürdig die ganze Scheiße hier. Das könnt ihr vielleicht verpackt gewesen sein. Ich weiß es nicht. Irgendwie ist alles hier ein bisschen merkwürdig. Jetzt haben wir noch keine Munition gefunden. gonna are you? Na, da wird gleich kommen. Soll er doch kommen? Ich weiß es... Aber wieder maps ist eine Räule ja auch... Ich weiß es. Ich weiß es nicht wie es ist. Ich weiß es nicht. Aber die schaffnosperigen wird. Mann, oh Mann, oh Mann! Oh, ein Safe! Schlüssel! Hoppala! Hey, Penny! Hey, Penny! Too many people have been trying to get their heads on that raygun, damn fanboys. Since we can't have anyone walking around with a laser gun without paying, I'm taking the keys to the display. I will be waiting at Raging Rivers until 9. If you need the keys, you know where to find... Irgendwas. Promotion material. Okay, irgendwo ist hier der Schlüssel. Ob da was drin ist, irgendwas... ...wertvollstes, was ich erst noch nicht reingeschaut habe. Vielleicht lächelt uns irgendwas an, was einem Schlüssel ähnelt, aber... ...und haben sie hier nicht. Vielleicht hat er... ...Glauen irgendwas, aber... ...dem ist nicht so. Hm... ...mh... 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 ...verfahren... ...herausfinden... ...aha... ...okay... ...ein kleines Geschützturm... ...nein, Überlebende! Alter, geh weg! Geh mir aus den Augen! Und du auch! Revealer! Okay... ...die hauen wenigstens rein jetzt. ...quick save! Ach, 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 man! Keine Arme... ...kein Kopf! Ich sagte... ...kein Kopf! Wir sind auf jeden Fall nicht alleine hier. Es sind ein paar... ...überlebende noch übrig... ...die mir hoffentlich... ...zure Seite stehen werden. Hier kann man auch rein. Ich gehe gleich zu den Überlebenden, will einfach nur gucken. Ja, man kann rein. Maxwell's Control Tower. Okay. Und was habt ihr zu sagen? Lasst mich raten. Nichts! You're new to the park! Welcome! Welcome! It's a great park! You'll love it! But you're also going to die. You're under-equipped, you need help, but we've got what you need. Cotton candy and hot dogs to heal you. Soda to get away some of that nasty radiation. You'll love it! Go ahead and buy some. Take some! It's free! No cost! No need to buy! Just eat the food! Eat the food! Shove this food into your stupid fucking face, you giant goddamn asshole! Eat the food until you're sure you're going to die. And those guns are fucking shit, like you! You need better guns! Why not have Captain Cosmos' ray gun? If you're enough of a fucking idiot to use energy weapons, or if you're a dumbass who is into explosives, why not get this firework gun? You definitely need it! You let your family die! After all, you're such a pathetic waste of space! You really think you can escape without our help? Give them... Buy some ammunition! You don't stand a chance! Come on and buy! You couldn't protect them! Bye! Hello! 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 So, let's get into it! Hello! 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 I don't know what the hell you came here, but... Sie sind beide sehr schrecklich und sehr wunderschön. Äh... Ich wurde geschickt, sie zu finden? Äh, äh, äh... Was? Ich hab keine Ahnung. Woher soll ich denn wissen, wer... Ach... Ja, 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 Artikel whatever, Subsection who gives a fuck says something you're not allowed to do. I'm sure those rules really save the asses of your dead buddies. I believe it was the carnivorous bumper cars, not the lack of rules that killed them. I was actually going to point out that the last five people who came in here were revealed to be not real, a murderous animatronic, and a bunch of mutated pigeons in a code that... I might also remind you, actually ate my laser rifle. Yeah, yeah, dangerous evil living park, I get the point. I doubt the park has grown smart enough to attack its own people, though. False flag operations have been a staple of psychological warfare since... Don't care. What I do care about is you. Look, I'm not gonna say no to an extra hand. You step through the gate, which means you're as trapped as the rest of us. Uh... No way out, huh? Come on, isn't it? Once those gates slam shut, there's no way out. You can't climb out, you can't force it. You can't melt or shoot your way out either. Knight Egeldorf found that out the hard way. What the fuck kind of name is Egeldorf? He was my friend. He had a stupid fucking name, and he's a ghost because he pissed off Maxwell is what he is. Remember that? I bet you do. He made a big speech about it in everything. Man likes the sound of his own voice. You like Maxwell? You haven't seen him yet? You will soon. The guy in the suit and cane. Mr. Maxwell. That old pre-war movie mogul or something. Taunts you, preaches at you, tries to get those robots to fuck with you. Huh? I swear it's dead. He's been dead for. The entire park is dead, but it's alive. Sentinel Boring's friends could tell you that much, and if we're going to escape, we've gotta... What? I really don't know. There's an army of weird ghouls, giant robotic whatever's trying to kill us, and a ghost that talks like a radio trying to steal our souls. I'm the first to admit I am completely out of my depth here. Operating protocols when under siege in an unknown area dictate that we perform initial recon, and if possible, the restoration of power to an operating area. I, uh, I also really have no idea what to do, but if we power things on, at least it might give us some more defenses and a little more time. At least to formulate something more concrete. What, you just got a computer in that tin can of yours? Yes, and it tells me that the power station for this park is fairly close. This man as well apparently wanted everything under his control. Uh, seems like something you can relate to. Alright, I'll concede. You, if you're not a ghost or a pigeon and want to escape, then you're stuck here with us either way. We could use it up there. I don't like him, but Colin here has a point. We could use that power. I wouldn't advise leaving this place alone. We need someone to stay behind and keep the barricades up. Fine, you and me? I would prefer it if I were in this party. If there are... Fine. You and either me or the human equivalent of a defeated Psy over there, head over to the power station and see if we can get it working again. Whoever is left, stays behind and make sure this place stays intact. Mhm. Agreed. Tschüss. Okay. Wir müssen jetzt aussuchen, wer jetzt mit uns mitgehen möchte. Das heißt... Hm. Come with me, what do you know about me? Tell me about yourself. Your thoughts. Was sagt Claire dazu? Willst du... Give me an analysis? What should I utilize? Lawful, male, human... Ally, factionless. Lawful, human, male, ally, factionless. Okay. Dann müssen wir wieder konzentrieren. Lawful, male, human, ally, factionless. Hmm. Intelligent, male, human, ally, factionless. Calculating. According to my analysis, you can trust him to 81%. Given variables gives him a moderate sympathy score. I sense some kind of positive energy coming from him. Hmm. Hmm. Okay. Hmm. Give me an analysis. What should I analyze? Scary, female, human, ally, factionless. Calculating. According to my analysis, we evaluate her as 69% reliable. Given variables gives her a moderate sympathy score. My calculation must be wrong. There is nothing exciting about this being, but I sense an lower amount of sympathy. Okay. 81% against 69%. That is weird. I'll take you. You probably hold more out. And you have a flashlight. Is your decision final? Then please sign this. This and, uh... Oh, no. A bureaucrat. Oh, man. Can I change my opinion? Please be aware. According to the code section 6 subsection B article 2.3. Oh. Blablabla. Yeah. Bitte. Mach das aufhört. Was? Was? Nein. Kennen wir? Yes. Okay. Also, wir haben hier einen Paladin. Der, äh, voranschreitet. Wir werden aber auf jeden Fall erstmal eine Pause machen. Und beim nächsten Mal uns anschauen, was uns die Facility so bringt. Was ist die Facility? Ich mein... Was ist das? Auf jeden Fall. Munition. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Können wir alles gebrauchen. In der Box. Was ist das? Ach so. Das ist nur ein Bild. Was ist? Aber du kannst doch was von dir erzählen. Ich weiß nicht, wer deine Schwester ist. Und du bist komisch. Okay. Also. Positiv. Wie auch immer. Wir werden das nächste Mal hier weitermachen. Mit unserem neuen Freund. Wie heißen du eigentlich? Wellers. Und seiner Kompagnin Jenna. Und dann mal gucken, wer dieser Maxwell ist. Jetzt habe ich noch kein Bild von ihm gesehen. Obwohl es vielleicht dieser Dude sein könnte. Weil so viele Bilder von dem sind. Wir werden sehen. Ob der Atmet. Okay. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, dass wir noch eine Mod starten. Noch eine Quest Reihe. Maxwells World. Hört sich interessant an. Ist düster. Und fucking Ronald McDonald Clown Zombies stellen uns in den Weg. Die nichts auszusetzen hatten, dass ich ihnen den Kopf abgeschossen habe. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht mit den zwei neuen Allies und Maxwell. Diese unbekannte Person hinter der ganzen Sache. Ich bin gespannt. Ihr seid gespannt. Bis zum nächsten Mal. Euer EnderFox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.